Hi zusammen. Thema des heutigen Videos sind Notebooks bzw. Notebooks fürs Studium. Als ich mit dem Studium angefangen hatte, hatte ich einen Tower-PC und ein 8 Jahre altes Notebook, das vielleicht noch 2 Stunden im Akkubetrieb durchgehalten hat. Dementsprechend habe ich mir die Frage gestellt, brauche ich ein neues Notebook für die Uni und wenn ja, welches? Mein Ansatz war damals, dass ich dann schon beim Mathe-Vorkurs einfach ältere Studenten gefragt habe, was die denn nutzen und was die glauben, was für die Anforderungen am Studium sind. Und heute möchte ich eben meine Erfahrungen mit euch teilen, was sich für mich dann bewahrheitet hat. Welche Anforderungen sollte denn so ein Notebook fürs Studium erfüllen? Naja, zum einen sollte es flüssig und zuverlässig mit Word, PowerPoint und Excel umgehen können. Außerdem sollte man seine Daten gut damit verwalten können. Das trifft eigentlich soweit auf die allermeisten Notebooks zu, sofern sie keinen Defekt haben. Außerdem sollten sie mit studienspezifischer Software gut laufen. Das wäre in meinem Fall jetzt gewesen zum Beispiel Creo, das ist eine CAD-Software. Die läuft am besten mit Windows, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie auf dem Mac überhaupt lief. Außerdem sollte Z88 flüssig laufen, das ist in meinem Programm zur Festigkeitsberechnung. Das müsste betriebssystemweit laufen. Außerdem sollte sowas wie Python oder andere Software fürs Studium generell im Allgemeinen laufen. Das ist auch wieder ziemlich universal. Generell sind die Anforderungen an euer Notebook im Studium nicht allzu hoch. Jedoch sollte man vielleicht ein Auge darauf werfen, ein Notebook zu nehmen, das zumindest mit Windows arbeiten kann. Denn viele Programme sind einfach für Windows ausgelegt und laufen deutlich besser auf Windows. Beziehungsweise manche Programme laufen auch überhaupt nicht auf dem Mac. Nichtsdestotrotz habe ich auch schon einige Ingenieure gesehen, die mit einem Mac durch Studium kommen. Vielleicht sollte man nur etwas vorsichtiger sein bei den neuen M1 Macs. Die können ja, soweit ich weiß, nicht mit Windows arbeiten und dementsprechend könnte es beim ein oder anderen Programm mal zu Problemen kommen. Viel wichtiger ist bei den Anforderungen an das Gerät, was ihr euch dann von eurem Gerät erwartet. Wolltet ihr zum Beispiel Videospiele spielen, also Gaming oder wollt ihr Bilder bearbeiten? Dann solltet ihr darauf achten, dass es halt dementsprechend ein gutes Display hat, beziehungsweise auch leistungsstark ist. Das ist in dem Fall viel wichtiger. Das Studium selbst stellt eigentlich an die Hardware eures Geräts keine zu großen Anforderungen. Ein weiterer Punkt, über den man nachdenken muss, ist, soll es denn ein Notebook sein, ein Tablet sein oder vielleicht sogar beides in einem Gerät wie in einem Convertible? Für mich war die Antwort ziemlich klar. Ich möchte separat Tablet und Notebook haben. Das Tablet nutze ich dann zum Beispiel zum Mitschreiben in Vorlesungen, um in Lesungsfolien zu schreiben, um auch PDFs zum Beispiel zu lesen. Das Notebook wiederum nutze ich dann für studienspezifische Software wie CAD-Programme, die auf Android oder iOS gar nicht laufen. Oder aber auch zur Programmierung. Das könnte mit Android und iOS auch gehen, aber ich weiß, dass es halt mit Windows bzw. Mac ziemlich gut klappt und dass es da keine Probleme weitergibt, wenn man sich zum Beispiel einen Python installiert. Außerdem nutze ich mein Notebook primär dafür, mir die Vorlesungsvideos anzeigen zu lassen, zumindest in Zeiten vom Online-Semester, während ich dann auf dem Tablet quasi parallel dazu schreibe. Und wenn man dann auf dem Tablet eben Screensharing macht bzw. halt einen geteilten Bildschirm macht, dann ist es doch ziemlich unhandlich, gleichzeitig auf einem zum Beispiel 10-Zoll-Tablet die Vorlesung zu sehen und gleichzeitig darauf zu schreiben. Was ich allerdings für mich damals nicht unbedingt erörtert habe, ist, könnte es vielleicht auch ein Convertible sein? Zur Zeit, wie ich mit dem Studium angefangen habe, vor ungefähr zwei Jahren, waren da die interessantesten Geräte in meinen Augen die Microsoft Surface Geräte. Da bin ich dann aber ein bisschen abgedriftet, da die mit guter Hardware, ich sag mal zum Beispiel jetzt der 500 GB Speicher und einem ordentlichen zum Beispiel i5 Prozessor, die sind ziemlich teuer, sodass ich da Abstand von genommen habe. Aber generell denke ich, mit einem aktuellen Surface Gerät kommt man auch sehr gut durchs Studium und inzwischen gibt es ja auch von Lenovo zum Beispiel auch andere Geräte, ich weiß nicht genau wie sie heißen, die sind ja unter anderem auch mit Stift kompatibel und ich denke, mit sowas kann man auch sehr elegant durchs Studium kommen. Nun gehe ich mal davon aus, ihr hättet Interesse an einem Notebook, wisst aber nicht genau, worauf ihr achten sollt. Nun ja, im Allgemeinen würde ich wie gesagt sagen, es sollte in irgendeiner Art und Weise mit Windows kompatibel sein, sei es bei Apple übers Bootcamp oder aber generell ein Windows-Rechner. Außerdem sollte er nicht viel zu alt sein, ich weiß, Kommilitonen studieren auch mit recht alten Geräten und das klappt ganz gut. Trotzdem würde ich darauf achten, dass man, wenn man sich jetzt ein neues Gerät holt, zumindest mal einen Intel i5 Prozessor auswählt oder aber einen Ryzen 5, das ist ungefähr die gleiche Leistungsklasse. Weiterhin würde ich mindestens 8 GB Arbeitsspeicher empfehlen, denn so geht ihr nicht in Gefahr, dass ihr für die Standardprogramme oder CAD-Programme mal das Problem habt, zu wenig Arbeitsspeicher zu haben und das Programm dann einfach abschmiert. Und außerdem solltet ihr euch darüber nachdenken, wie viel Speicher ihr braucht, zum Beispiel jetzt für die Festplatte, das wäre jetzt in meinem Fall 500 GB. Und dann würde ich nochmal vielleicht ein bisschen was draufpacken, nur für den Fall der Fälle, denn wenn ihr das Gerät dann mal 5, 6 Jahre nutzt, kann es durchaus mal sein, dass ihr die Festplatte dann vollpackt. Aber da werdet ihr besser wissen als ich, was ihr denn eigentlich an Speicher braucht. Wie gesagt, dann eigentlich der wichtigste Punkt, nachdem sich die ganze Geschichte richtet, ist, was eure Präferenzen sind. Und ansonsten kann ich euch mal zeigen, was ich mir gekauft habe, denn ich habe mir in meinem Fall ein ThinkPad T495 gekauft. Das ist in dem Fall ein recht leichtes Notebook mit 14 Zoll. 14 Zoll, weil ich mir gedacht habe, ich möchte es öfter vielleicht mal in die Uni mitnehmen. Und da ist es einfach, ich sage mal, leicht und kompatibel. Und generell hat es auch einen Ryzen 5 Prozessor mit 24 GB Arbeitsspeicher, was generell dafür sorgt, dass das Gerät ziemlich flüssig läuft. Zumal 24 GB Arbeitsspeicher bei mir schon ein Sonderfall sind. Mir ist nur aufgefallen, dass wenn ich Bilder und Videos bearbeite, ab und zu mit 16 GB an die Grenze kam. Deswegen habe ich die aufgerüstet. Wenn euch mein Notebook interessiert, kann man es sich auch noch kaufen. Ich würde es aber nicht mehr empfehlen, denn inzwischen gibt es da zwei Nachfolger. Der aktuellste ist das ThinkPad T14 in der aktuellsten Generation. Dazu würde ich euch aber nicht raten. Ich würde allerdings inzwischen zum deutlich günstigeren ThinkPad E14 greifen, da das ungefähr, ja sagen wir mal, 400 bis 800 Euro Preis ausmacht. Allerdings unterscheidet sich sowas dann nochmal am Material einfach, dass das jetzt, was ich habe, ein Verbundwerkstoff ist. Ich glaube auch unter anderem aus Magnesium. Und das Neue ist dann einfach ein Verbundwerkstoff, vor allem eben aus Kunststoffen. Außerdem ist das T405, das ich jetzt habe, nur etwas leichter. Und ich denke mal, 200 Gramm könnte ich auf jeden Fall akzeptieren. Der Kaufgrund für meinen ThinkPad T405 damals war halt vor allem, dass das ein sehr gutes Display hatte. Dieses gute Display findet man aber inzwischen auch in der aktuellen ThinkPad E14 Serie. Ich verlinke euch unten dann auch mein Video, die dritte Generation. Das würde ich mir jetzt aktuell konkret kaufen. Ansonsten kann ich euch empfehlen, schaut einfach mal auf Notebook Check vorbei. Das ist in diesem Falle keine Werbung, aber eine gute Seite, die recht neutral testet und darüber aufklärt, was die Geräte können und was sie eben nicht können. Und wenn ihr euch dann für ein Gerät entschieden habt, könnt ihr zum Beispiel mal auf Campus Point vorbeischauen. Das verlinke ich euch auch unten im Video. Hier kann man, wenn man seine Immatrikulationsbescheinigung vorlegt, nochmal deutlich günstigere Studentenrabatte bekommen. So habe ich mein Notebook damals eben für ungefähr 500 Euro billiger gekauft, als es regulär bei Lenovo oder Amazon erhältlich war. Eine weitere interessante Idee ist dann zum Beispiel ein Refurbed-Gerät, also ein gebrauchtes, neu aufbereitetes Gerät. Die werden zum Beispiel bei Itzco oder bei zum Beispiel refurb.de eben wiederverkauft und zwar mit Garantie. Und da könnte man zum Beispiel einfach ein sehr leistungsfähiges Gerät aus den Vorjahren kaufen und das halt dann mit einer deutlichen Einsparung. In der Regel haben diese Geräte nur kosmetische Mängel und laufen deswegen aber trotzdem noch etliche Jahre. Also abschließend kann man sagen, dass das Ingenieurstudium es keine herausragenden Anforderungen an euer Gerät stellt. Wichtiger ist doch die Frage, was ihr braucht und mit was ihr gut arbeiten könnt. Wobei man immer im Hinterkopf behalten muss, dass man sich vielleicht den Weg mit Windows als zweites Betriebssystem offen hält. Zumal ich eben noch den Tipp geben kann, was ich inzwischen für mich als gut befunden habe, ist, ein kleineres Notebook zu wählen mit zum Beispiel 14 Zoll oder ein sehr leichtes 15 Zoll Notebook. Dann, wenn man das täglich in die Uni nimmt, ist es doch hilfreich, wenn man es einfach in den Ducksack schmeißen kann und es nicht allzu schwer ist. Das war's soweit von meiner Seite. Ihr könnt mir gerne unten in den Kommentaren schreiben, was ihr von meinen Gedanken haltet, ob ich vollkommen an Quatsch rede oder ob ihr meine Entscheidungsfindung nachvollziehen könnt. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ciao!